Ehrlich, ich dachte, es wird witzig, wenn du hier bist, aber du bist ein noch größerer Langweiler als Mr. Spaßbremse auf einer Party. Oh Mann, das ist die beste Party, auf der ich jemals war. Guten Abend allerseits. Ich dachte, es wäre sehr erheiternd für uns alle, wenn wir uns ein paar Holzschnitte ansehen. Möchtest du mir assistieren, Peter? Ähm, naja, wir haben hier gerade eine Party am Laufen. Fabelhaft, halt das hoch. Also, hier ist ein Bursche, der versucht, auf einem Fahrrad zu fahren. Aber er hat ein paar Probleme, nicht wahr? Wollt ihr wissen, wieso? Äh, wieso? Da ist gutes Rad teuer. Und nun, wer von euch möchte eine witzige Geschichte über zwei Flöhe hören? Äh.